herzlich willkommen zurück zu disco elysium wir haben den rest des tages quasi frei weil kim die leiche weg bringt doch wir können uns jetzt eigentlich mal darum kümmern für fra die wohnungstür aufzuschließen das müsste ja theoretisch hier hinten auch sein diese keller für das ist gut okay 28 prozent naja und wir gehen mal wieder raus ok hinter dem gewächshaus soll das sein eine keller tür hier das heißt wir müssten eigentlich hier hinten hinkommen hier das ist es da müssen wir irgendwie hin okay mal gucken ob wir den weg wiederfinden das wäre ja eigentlich nicht schlecht den hatten wir schon gesprochen wir könnten natürlich auch mit der tante hier unten noch mal sprechen wie war das hier hier war es nicht oder ist die auch nicht mehr da kann ja auch sein wie kamen wir denn da hinten hin ah hier ist genau hier war die gewerkschaftstante dann sprechen wir mit der noch mal übrigens ich habe mit effra claire gesprochen ja was sagen wir denn da so viele möglichkeiten ich kann mit dem geschäfte machen für einen sozialisten ist der vernünftig sie blickt zum boden und nickt viel zur selbstbestätigung okay 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 Es wäre sehr interessant, zu hören, was sie über diese Dinge zu sagen muss. Ja, dein schreckliches Nektier ist komplett in Ordnung. Lass uns gossen. Herr Evra hilft mir, meinen Revolver zu finden. Herr Evra sagt, sie könnte schon bald gefunden werden. Tja, vielleicht. Dieses Geld, das sie mir gegeben haben, würde es dadurch seltsam, wenn ich ihnen Informationen anvertraute. Ehrlich gesagt, möchte ich mit ihnen erstmal über etwas anderes sprechen, wenn sie nichts dagegen haben. Natürlich, Detektiv. Es sollte etwas später nach der Straße kommen. Nicht Angst, dass sie für einen Chat fallen. Bis dann, ist es da nichts, was ich dir mit helfen kann? Danke, das wäre vorerst alles. Okay, viel mehr können wir da gar nicht machen. Schatten auf dem Wasser. Grüne Pflanzen unter der ruhigen Oberfläche. Ja, wie kommen wir denn jetzt nochmal da hinten hin? Ich meine, das wird ja auch nochmal interessant. Peter, war das hier rüber? Ich glaube, wir konnten hier durchgehen. Wir müssen ja auch nochmal wieder in das Apartment zurückfinden. Das wird auch noch lustig. Jawohl, hier sind wir. So, und hier ist das Apartment, aber wir brauchen jetzt eine Kellertür. Was haben wir denn hier? Weitere Einschusslöcher in der Mauer. Und hier müsste jetzt die Tür sein, durch die wir durchkommen. Du presst dein Ohr gegen die Tür. Und du benutzt Manjanas Schlüssel, um die Tür aufzuschließen. Wir haben es geschafft. Informiere Efra darüber, dass du die Tür geöffnet hast. Aber können wir nicht noch durchgehen? Genau. Also wir müssen hier rein. Da hilft ja nichts. Also da müssen wir doch klark gucken. Ich wüsste gar nicht, wie man nicht auf die Idee gekommen könnte, da reinzugucken. Ich sollte aber vielleicht trotzdem nochmal speichern. Wer weiß? Ich weiß nicht, ja. Was haben wir denn hier? Magnesium. Na, das nehmen wir doch gleich mal mit. Ein kleiner Koffer voller Kleidung. Ist jemand zu Besuch? Ein geöffnetes Buch mit dem Titel Die geheime Welt der Gehstöcke. Du kannst die Wärme der roten Sonne auf der Fahne beinahe spüren. Was hat es mit der Sonne auf sich? Was ist das siebenfache Sonnenwunder? Es ist ein optikal, atmosphärisch Anomaly. Die erste Settler sah. Happens in cold weather. Six small suns around the big one. This complex halo phenomena ist wie Old Revachol got its flag. Es ist aber nur ein von den vielen strange optik-atmospherischen Phänomenen of this wondrous Archipelago. Du bist sicher, dass du einmal sahen Sonnenwunder in deinem Kind. Und blue flares. Du verbeugst dich vor der Flagge. Die Flagge akzeptiert deine honorable Salute mit quieten Dignität. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hemd, was uns eine Logik bringt. Okay. Das nehmen wir mal. Da kriegen wir nämlich keinen keinen Malus für. Ein inter-solares Fraghemd. Gespür für Zahlen. Ja, das ist gut. Dann sind wir jetzt bei Logik 8. Nämlich. Wer immer hier wohnt, bewundert muskelbepackte Fantasyhelden mit blonden Haaren. Du klopfst gegen die Tassen. Warum auch immer? Ein kleiner Ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. There's something disdainful in the way the curves and lines of the bodies were drawn. The images betray a lack of interest in human beings. They are merely unflattering caricatures. Unbehagen? Inwiefern? The owner of these mugs doesn't like people of other ethnicities very much. Typisches Arschloch. This person is unhappy. Du zückst deine gelbe Manntasse und vergleichst sie mit denen im Regal. Your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor. The same mocking lines. The owner of this collection could be dumping his trash in the whirlings container. Hmm. An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to other clues down the road. Haben wir hier vielleicht unseren Mörder? Perhaps you should break into Apartments more often. Ja, vielleicht. Ist es wirklich die Person, die auch die Kleidung des Toten in den Müll geworfen hat? Who knows? Could be. But this clothes in a trash lead doesn't really seem like it's going anywhere. Still, good thing to keep in mind. You could ask Everett who this person is once you're done here. Okay, wir schenken den Tassen keine weitere Beachtung. Das war ja gut, dass wir hier reingegangen sind. Sand. Ja, dann könnten wir jetzt Evra einmal berichten. Dazu müssen wir natürlich jetzt wieder zum Hafen laufen. Master Investigator. You just can't keep yourself away from locked and hidden places. Can you? Es gehört zu meinen Dienstpflichten, als Polizist, jedem Quadratzentimeter dieser Welt auf den Zahn zu fühlen. Atta boy. The world's secrets were made for you. They wait patiently for you, to uncover them. Oh, der Jamrock Shuffle. Da müssen wir mal gucken. Mittlerweile ist es offensichtlich, dass du gerne in Behälter reinschaust. Du öffnest gerne Türen, um zu sehen, was sich dahinter befindet. Sind es Geheimnisse? Sind es noch mehr interessante Behälter? Seien wir ehrlich, du magst alle Behälter. Mülltonnen, Ablagekästen für Utensilien, Kanaldeckel, Jackentaschen, geheime Behälter, die von dem philippischen Königen zurückgelassen wurden und verbotene Reliquien enthalten. Okay, einen von denen hast du noch nicht gesehen, aber eines Tages. Moment, öffnest du etwa deshalb so gern Behälter? Glaubst du, dass du das heilige Zepter und den Orbe de Montagne finden wirst? Das ist natürlich interessant. Ja, komm, den holen wir uns, den Gedanken. Den holen wir uns. Den verinnerlichen wir uns mal. Jamrock Shuffle. Warum nicht? Okay, bevor wir da reingehen können, müssen wir noch mal sechs Stunden warten. Das werden wir diese Nacht aber auf jeden Fall tun. Dann geht es jetzt zurück zum hier. Fähigkeitspunkt habe ich jetzt noch nicht mehr. Ich glaube, das ist heute ja auch relativ egal, so was man levelt, Ob man da jetzt oder man geht in mehr Richtung den Herausforderungen. Das ist die Frage. Wir haben hier schon mal gesprochen. Bist du ja nicht zu einer von den Poolspielern gewesen? Die Scheißdreck ist nix für mich. Ich kann auf jeden Fall nicht mit ihm sprechen. Naja, dann gehen wir mal zum Hafen zurück. Jetzt nehmen wir den kürzeren Weg. Gehen wir durch. Zurück zu FH. Mal zu FH ging es, glaube ich, da lang. Genau, dann die Treppe hoch. Oh. Das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Wir werfen mal 10 Cent rein. Das haben wir locker geprüft. Mechanik fordernd. Plus 2, du hast deinen Namen gehört und plus 1, lange Heimweg herkommen. Das machen wir. Du lässt dein motorisches Gedächtnis eine zufällige Nummer wählen. Deine Finger rücken über den Dialpad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952 and a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Calling. Calling. Still calling. Then. Video Revachol, 24-hour-video-Rentale. We rent 8 and 10-millimeter film for home use. This is Lamy. How may I help you? Wo bin ich da gelandet? Video Revachol is a 24-hour-video-Rentale. We rent 8 and 10-millimeter film for home use. This is Lamy. Kennen Sie mich? No. Nein, das wollte ich nicht wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung Ihr Laden für mich hat. Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Warum habe ich sie angerufen? Maybe you call to extend your rental period. Do you need to extend your rental period? Mein Name ist Harry Dubois. Haben Sie mich in Ihrer Kundenkartei? Let me fire up the machine. Dubois. Dubois. Here we are. You haven't rented anything in five years. But you still have a copy of Blue Ocean Hell from November 46. Whoa, not a fun film on that one. Was für ein Film ist das? It's not an easy watch. After the death of his daughter and subsequent divorce, Zyamsk immigrant, a giddyous whoa chick, tries to come to terms with the onset of dementia. No wonder no one's been missing it. Still, it would be great if you could return it to us. We're on the corner of Voyager in Maine. The call is terminated by the other party. You're left with the discomforting sound of the disconnect tone. Hm. Ist das vielleicht auch das, was ihm passiert ist? Wäre ja denkbar. Zyip. Dann hier runter. Dann am Container vorbei. Genau, hier rum. Dann ist am Container vorbei. und hier ging's dann glaube ich irgendwo rein. Ne, müssen wir noch hier rum. Genau, da geht's rein. Vielleicht kriegen wir jetzt ja unsere Pistole wieder. Das wäre ja nicht schlecht. sehr gut. Ich habe die Tür geöffnet, so wie sie es folgen. Können wir jetzt über den Mord reden? Ich bin sehr glücklich, das zu hören, Harry. Eine Frage. Du hast nicht tatsächlich entstanden, zu stammen und sehen, was in dem Apartment, hast du? Er versucht, zu herausfinden, ob du leidst. Es gibt keine Weise, diesen Mann in irgendeine Richtung. Er ist unbezogenerbar und unbezogenerbar. Just tell the truth. Okay, dann sagen wir die Wahrheit. Ich war in der Wohnung, an der Wand hing die glorreiche Flagge des Suzerens Reva-Scholl. Der Weasel ist kein wahrer Patriot, Harry. Er preht jede Nacht für den Unfall der Union und auf den Namen des Königs. Er testete dich und du erzutzt. Jetzt gehen wir an Brass-Tax. Es ist Zeit, Männer wie mir und du herausfinden, wer hat und warum. Das reale Polizwerk wird jetzt passieren. Ich versuche dir, Harry, das wird gut sein. Rassist-Mugs im Trash und im Apartment. Ihr seid einfach Lichtjahre vor mir. Ich habe so viel Confidence in der Möglichkeit deiner Organisation. Ich bin geliebt, dass du das tun und mich was ich best tun, helfen Menschen. Glauben Sie, dass dieser Schnüffler etwas mit meinem Fall zu tun hat? Oh, nein, 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 Ich nicht so cross-Parte wie das. All ich will, dass Sie in Ihren Investitionen Ich würde nie komplizieren. Aber dieser Schnüffler hat vielleicht die Spuren der Mörder verwischt. Er tut, als ob er mit einem imaginären Schlagstock auf etwas einschlüge. Tolle Technik, Sie würden einen guten Sergeant abgeben. Oh, du bist zu nett, Harry. Zu zu nett. Ich weiß, dass ich nicht ein realer Polizistiker. Du bist. Ich habe gehört, dass es zwischen dem Lynch-Mord und dem Streik eine Verbindung gibt. Ich möchte gerne wissen, was Sie darüber wissen. Ich bin ganz ohr. Unser Opfer. Unser Opfer. Moment, Sie haben einen Dorfelefanten? Reden Sie weiter. Ich habe nicht persönlich die Brutalitäten da. Ich habe das Luxury, in meinem Container. Wenn ich irgendwo gehen, müssen sie meinen Container. Moment, der Container wird versetzt? Ja, ich bin ein altes Mann, Harry. Meine Leger sind nicht wie sie sind. Sie lebt mein Ofis mit dem großen Crane. Es ist eigentlich sehr lustig. Du solltest es versuchen. Aber genug über mich und meinen lustigen Container. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er in dem Baum gelandet ist? Harry, was du musst wissen ist, wir Dock Worker sind nicht Pushovers. Wir haben Grit, Harry. Wer genau war für das Rollen verantwortlich? Sie glauben, dass sie den Gehengten auf dem Gewissen haben? Hm. Einen Tag Titus Hardy, Liedler dieser Frieden Faktion, kommt und sagt Boss, sozialist demokratische Fervor hat uns es an uns zu das Land zu töten. Er hat wahrscheinlich es anders gesagt, aber das war die Idee. Es klingt zu mir, wie sie töten. Ich gave ihnen zwei Wochen haben sie gar keine Angst, dass wir sie deswegen festnehmen. Woher wissen sie, dass die Söldner von der Spedition angeheuert wurden. Sie denken also, dass die Streikbrecher zu dem Sicherheitsdienstleister gehören? Der Name des Unternehmens ist dieses Mal Crenel. Möglich, dass es vorher Sediment hieß. Natürlich. Du bist immer ein Schritt vor mir, Harry. Ich bin kein Genie. Ich bin in dieser Position, weil Leute lieben mich. Die verbleibenden Söldner organisieren ein Tribunal gegen die Hardys. Sie wirken nicht besonders besorgt. Oh Harry, was ich wirklich denke über das Tribunal? Du versuchst zu der zweiten Basis mit Everard bevor du ihn verletzt hast. Er will dich mehr Dinge für ihn vor. Yay. Ähm, sie haben eine Anwältin erwähnt. Oh, Liz ist eine blöde. Ich habe diese Lehre für bezahlt, zu denken, es wahrscheinlich wird sie alle fancy. Aber Herr, Harry, sie kam zurück als Feuerbrand Sozialist. Sometimes sie schreit mich mit Seel. Erzählen sie mir von Titus Hardy und seiner Crew. Was können sie mir noch über sie erzählen? Wer ist der Stellvertreter? Wer ist der Grobian unter ihnen? Leider? Was passiert, habe ich sicher, dass sie die beste Interesse von Rebashol in mind. Arbeit mit ihnen. Hör, interview sie. Aber sie sind wirklich wie du. Männer, die Bier, Frauen und ein Ordre auf den Straßen. Er bettet auf sie, dass sie nicht zu dir. Okay. Evra, ich bin diesen Hardy Boys über den Weg gelaufen. Können sie sie bitten, mit mir zu kooperieren? Aber natürlich. cool. Moment, warum geben sie die mir? Das brauche ich nicht. Ich wollte nur, sie mir mit den Hardy Boys helfen. Das war eine gute Unterhaltung. Schließen wir das Thema fürs Erste ab. Noch nicht? Ja, Harry, es kann fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. A man of the left. So you have to be a social democrat. He been hurt too much in the past. by men who aren't social democrats. Tja. Ich bin kein Linker, ich bin ein Revachula Patriot. Just between us, I don't care for those lefty Dinks either. It's all about power and here's how we gonna get it. Was würde das mit sich bringen? Wozu brauchen sie die Unterschriften? Wo genau ist das? Was wird aus den Leuten, die jetzt dort wohnen? Können sie mir hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass niemand obdachlos werden wird? Na gut, na gut, Und wenn ich zufällig gerade dort bin, kann ich sie fragen. Erreicht ihr einen offenen weißen Umschlag. Ich werde jetzt gehen, aber vielleicht unterhalten wir uns später noch einmal. See you soon, Debardur. Just kidding, but not too much. Gut, wir haben den weißen Umschlag bekommen. Und wir können auch mit dem interagieren, was können wir noch machen? Wir nehmen die legalen Dokumente aus der Envelope. Eine 12-40 Monate Konstruktion und der Zonungsplan in der Addendum. Du siehst dir den Bewerbungsplan an. Wall to wall, praktically integrating them into the youth center. This is either an ominous or cool architectural choice. Hard to say. My money is on cool. Looks like a cubic pyrites. Okay, du versuchst ein Schlupfloch in der Vereinbarung zu finden. There is no loophole. The simple truth is, the current residents are going to lose their street access. And for the next 12-40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. Tja. Ich schätze, das ist einfach der Preis, den man für Fortschritt zahlen muss. Du steckst die Dokumente wieder zurück in den Umschlag. Ja, da werden wir den armen Leuten wohl ihren Wohnort wegnehmen. Ärgerlich. Besorge er mir gerade zwei Unterschriften. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir dann dort so machen. Bis dann.